Nun komm schon ans Licht, Lucia. Das war ja klar, dass das ein Mensch sagt. Schon einmal davon gehört, dass Eulen und Kreuzchen nachtaktive Tiere sind? Ja, aber in der Dunkelheit können wir dich nun mal nicht sehen. Dann lass mir zumindest Zeit, mich an die Lichter des Studios zu gewöhnen. Oder gib mir einen Sonnenschirm. Also, worum geht es? Ich habe einen Brief bekommen, aus Warnemünde, von der Ostseeküste, von einem Boje. Was? Boje heißt er? Was für ein toller Name. Der gefällt mir. Also zeig her. Liebe Lucia, ich habe von dir gehört und möchte dir eine Frage stellen. Kannst du mir bitte einen Tipp geben, wie man das Wort nämlich richtig schreibt? Dein Boje. P.S. Wo kann man dich kaufen? Bitte was? Er meinte wahrscheinlich, dass solche Puppen doch irgendwie zu finden sein müssen. Naja, in Andalusien, auf Bäumen. Aha, und dort lernt man dann die deutsche Grammatik? Sicher. Wo sollen denn sonst Eulen und Kreuzchen lernen? Etwa in einem Käfig, in einem schrecklichen Zoo? Nein, auf Pinienbäumen, wenn du es genau wissen willst. Und nun zu der Frage vom Boje. Also dann. Das Wort nämlich ist zunächst ein Adverb. Es wird also klein geschrieben. Es sei denn, es steht am Satzanfang. Aber das ist wohl nicht das Problem. Die Frage ist vielmehr, ob es mit einem H geschrieben wird. Genau. Ich habe immer gelernt, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Aber dann habe ich irgendwann diesen Spruch von meinem Nachbarn falsch gehört. Nämlich so. Wer nämlich ohne H schreibt, ist dämlich. Und seitdem bin ich verwirrt. Erst seitdem? Hm. So, so, so. Und kannst du mir helfen? Weißt du eine Eselsbrücke? Oh ja. Und sie ist so einfach, dass Boje vielleicht enttäuscht ist. Du musst nur wissen, woher das Wort nämlich kommt. Ja? Woher dann? Von der Name. Und dieses Nomen kann doch nun wirklich jeder schreiben. Klar. Und zwar ohne H. Genau. Und deshalb schreibt man nämlich auch ohne H. So einfach ist es? Si. SOS. Lass mich das nur noch weiterspinnen. Und das kleine und ähnliche Wort dämlich schreibt man dann auch ohne H, weil es von dem Substantiv Dame kommt. Wenn es so einfach wäre. Ja, man schreibt das Adjektiv dämlich ohne H. Aber? Es stammt nicht von dem Wort Dame ab, sondern von dem unbekannten Verb dämeln, was bedeutet, dass man nicht ganz so helle und etwas taumelig ist. Aber die Verknüpfung wäre doch eine schöne Hilfestellung, oder? Dass das Wort dämlich von der Dame abstammt, so eine mädchenfeindliche Eselsbrücke, wäre eine Frechheit. Höre genau zu. Frauen sind vieles, aber nicht dämlich. Verzeih, an dieser Stelle muss das männliche Geschlecht vielleicht noch eine Menge lernen. Entschuldige, das war wirklich geschmacklos. In der Tat. Und nun zum Ende. Boje, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Für alle anderen gilt mit freundlichen Grüßen. Quält vielleicht dich eine Frage. War der Unterricht bloß eine Plage? Wurde dir nur schlecht erklärt? Was man leider öfter hört. Schreibe mir von deinem Problem. Ob ich helfen kann? Wir werden sehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020